Bevor Nena das Fantasie-Lied vom Sammy covert, erzählt uns der Herr Deluxe natürlich erstmal, wie technisch genial er doch ist und er hätte sich nie gedacht, dass jemand sich traut, dieses Lied zu govern. Und da muss man natürlich sagen, ja, Fantasie ist ein schnelles Lied, aber das ist noch nicht Double Time. Also das müsste schneller sein, damit es Double Time wäre, also da müssten wir schon von so, ich sag mal, 140, 150 BPM sprechen, sozusagen, auf so einer Geschwindigkeit rappen, das wäre schnell, also dieses, ich muss immer wieder schneller rappen, weil die ganzen anderen viel zu schlecht sind. Naja, egal, nur zur Demonstration, das wäre Double Time, oder ist das schon Triple Time, na, ist egal. Aber natürlich, wenn man mal bei mir stellt, das ist ziemlich scheiße, dass so Leute zuzuhören, wenn wir jetzt ziemlich schnell sprechen, also von daher, Double Time, Triple Time, auf Dauer auch ein bisschen, naja, egal. Aber naja, kommen wir zum Cover von Nena und da wird ja tatsächlich behauptet, sie hätte gerappt, nein, sie hat nicht gerappt. Rappen, da hat man eine Stimme, die Druck hat, die Power hat, man haut Betonung rein und sie hat es gesungen. Sie hat sozusagen eine Singstimme gebildet und es hat schnell gesungen. Rap war das nicht. Und eigentlich müsste ein Experte und Fachmann, äh, wie Sammy, der angeblich Rapper sei, das Hören und Wissen, er hat aber nicht gehört. Also das war nicht rappen, das war singen, aber es war trotzdem gut gemacht. Also, ähm, mich stört hier nur, dass man das so hinstellt, als sei das rappen gewesen. Nein, es war Gesang, kein Rap. Aber nur zur Information, mit einer Gesangsstimme kann man das Video schnell singen, ohne dass es Gesang ist. Und mit einer Rap-Stimme muss man da Power reinhauen.